hallo und willkommen zur sechsten folge minecraft beyond auf unserem multiplayer server hier hat sich ein bisschen was getan ich habe hier mal den weg erweitert mit dem gras wie ich das geplant hatte hier ein bisschen weiter gezogen da ein bisschen weiter gezogen und auch da hinten hier habe ich schon vor da was neues hinzubauen da weiß ich schon was und wir werden uns diese folge mal um die technik kümmern damit ich ein bisschen schneller vorankommen außerdem haben wir die fabrik ein bisschen verschönert ja wir haben die wände verändert hier eine geile türe eingebaut und auch den turm und dann haben wir hier noch licht drin ja habe hier auch schon ein paar kisten und zeug hingestellt da oben diese lampen gehen nur an wenn nacht ist ja da haben wir ein daylight sensor dran ist sehr coole geschichte so und wir kümmern uns jetzt um die technik und zwar brauchen wir ein signal ok moment und dafür maschinen casings die braucht wird man ein paar mal brauchen kupfer gold nuggets andersrum ja noch gold ja braucht man ein paar so redstone haben wir auch noch dabei und ich finde es immer noch geil wie das hier auf dem crafting table aussieht so dann machen wir uns davon mal vier stück dann haben wir das dann brauchen eine zäune haben wir eigentlich muss nur überlegen wo wir die haben entweder hier oder in der schmiede hier sieht schlecht aus hier habe ich noch was anderes das nehme ich auch noch mal mit ja gut dann sind hier keine zäune ja für was habe ich eigentlich wege gebaut wir hatten doch zäune eisen fackeln das hier können wir auch mal mitnehmen ich dachte wir hätten zäune so machen wir zu dann haben wir sicherheit und wie ihr seht hier oben die lampen sind schon an obwohl wir noch keine nacht haben ist aber egal also wir brauchen auf jeden fall zwei von den dingern glaube ich und noch mehr eisen glaube ich ich glaube ziemlich viel so so eisen gut moment das können wir mal hier rein machen habe ich alles schön so eine einsortiert eisen haben wir eigentlich genug im moment so die segmill brauchen noch mehr eisen und einen piston jetzt haben wir keinen cobblestone da das snacken wir mal kurz weg oder nee nee machen wir nicht nachher wenn unser haus fertig ist da habe ich auch ja noch einen anderen plan was wollte ich jetzt holen cobblestone hallo kurzen leck gehabt hätte ich auch kürzer haben können da hinten weiß ich nämlich dass ich cobblestone habe die schmiede müssen wir noch versetzen zack ups ich habe mir inzwischen auch eine spitzhacke gemacht weil der weg hier eben noch breiter wird deshalb müssen wir die schmiede noch irgendwann versetzen aber da gibt es dann eben auch gleich ein komplett neues gebäude jetzt dachte ich gerade wir hätten auch kein holz aber das haben wir jetzt weiß ich bloß wieder nicht was ich brauche naja so so segmill drei flint ein machine casing und eisen nein oder auch mensch oder hat sich ein falscher block eingeschlichen so repariert ich habe hier natürlich vorher nicht drauf gedrückt also haben wir noch so viel haben wir gar nicht mehr drin ein inget und ein block dann machen wir das inget noch raus dann ist hier noch ein block eisen drin wird hin natürlich denke ich auch noch pressure blades dran machen so jetzt aber eisen eisen segmill gut nicht wegwerfen wieso die machen wir mal hier kurz rein dann brauchen wir noch einen alle neue smelter caldron machine casing 3 furnace 123 dann den caldron und ein eisen zu wenig aber das haben wir ja gleich was was Achso, hey, Maschinen-Casing muss in die Mitte. So, das machen wir auch mal hier rein. So, jetzt brauchen wir noch Kabel. Ah, hier sind die Lampen. Kabel brauchen wir noch. Sand, Gravel, Clay. Und hiervon brauchen wir... Molten, Redstone, Alloy. Oh, nee, ich wollte den Generator umgehen. Dann machen wir eben noch kurz einen Generator. Brauchen wir zwei Gears. Muss ich gerade noch mal gucken, wie das ging. Den wollte ich wirklich nicht unbedingt haben. Hätte ich, glaube ich, sogar noch irgendwo eins gehabt. So, das und das. Jetzt habe ich die zwei natürlich wieder vertauscht. So, Generator, wie gehst du jetzt? In Furnace brauchen wir auch noch mal. Ei, ei, ei. Furnace, Piston. Stone Bricks brauchen wir. Okay, dann müssen wir Stone Bricks noch machen. Die Türe reagiert ziemlich schnell. Und sobald du die angeklickt hast, ist eigentlich kein Durchkommen mehr. Muss ich Stone Bricks. Können wir die wieder umwandeln? Mit der Chisel vielleicht. Nee, nicht die, die da. Stone Bricks. Okay, was braucht man noch? Haben wir alles. Nee, Redstone und... Ähm, Moment. Eisen und Redstone. Conductive Iron. Iron. Ich weiß. Ich weiß, Mavia. Brauche ich gerade etwas? Das hier brauchen wir. Energy Conduit. Hä? Nochmal. Dieses Teil brauchen wir. Wie kriegen wir das? Den wir Eisen und Redstone schmelzen. Im Alois-Smelder. Eisen und Redstone. Eisen haben wir. Redstone haben wir. So, jetzt. Ähm, diese Bricks hier drauf. Dann ist der Alois Sterling Generator fertig. So, dann nehmen wir die Kohle. Hä? Ach, hier rein. Okay, dann brauchen wir den Alois-Smelter. Den setzen wir daneben. Und dann brauchen wir Eisen und Redstone. Eisen, Redstone. Den hier hauen wir auch mal dahin, die Segme. Weil wir brauchen noch mehr Eisen. Ne, der Generator reicht bei Weitem nicht. So, dann brauchen wir das hier noch. Das ist Conductive Binder. Klee und Clay Gravel Sand. Die erste Technikfolge übrigens. In diesem Projekt von mir. Ähm, diese Gäste? Nein. Diese Gäste? Nein, doch. Klee. Sand haben wir hier. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr. Das brauchen wir sowieso nicht. Also, wir haben... Was brauchen wir nochmal? Klee, Sand, Gravel. Jetzt ist nur die Frage, ob wir noch irgendwo Gravel haben. So. Das hatten wir auch. Moment, was... Nee, da haben wir nichts mehr. Gravel. Ich bin mal schnell schlafen. Schon ein kleines, richtiges, schönes Dorf, was wir hier haben. Das gefällt mir total. Gravel, da ist ein bisschen was. Ah, da ist noch mehr. Da haben wir ein anderes Rezept drin. Und da steht ein Creeper rum. Ich dachte gerade, habe auf die Minimap geguckt, habe den roten Punkt gesehen, dachte ich, hä? Wo ist denn das? So, was macht der hier? Hat keinen Power mehr. Eisen Pulver? Eisen Pulver. Cuttle Stone. Okay. Gut, also. Das hier im Stern. Dann Sand links und rechts. nein doch ja war doch richtig und clay oben und unten 1 hätte ich noch gern das hier brauchen wir eigentlich nicht mehr unbedingt dann können wir nämlich den bein da rein machen dann haben wir kriegt man schon ein paar kabel wieder kein platz man ok kabel kriegt man und dann wollte ich eigentlich auch ziemlich schnell solarzellen machen da brauchen wir nämlich nicht viel eisen glas und holz und redstone aber eisen redstone redstone und glas ist ja kein problem wir sind hier in der wüste alles da rein was man jetzt nicht mehr brauchen im moment so finder kommt raus habe ich das den sand habe ich jetzt natürlich auch weg sehr ungeschickt und mein excavator ist auch gebrochen man ich gehe gerade wieder so unnötige wege wir werden jetzt noch warte mal kapa situa bank block of redstone iron das ist nämlich sinnvoll dann lädt er nicht sich nämlich auf ok das haben wir weisen haben wir nicht und diese haben wir auch nicht kupfer und redstone dann haben wir davon noch ein paar und dann brauchen wir ok vier stück und in die mitte ein block of redstone den haben wir gut dann machen wir hier ein paar kabel drin ich weiß gar nicht wie viel daraus kommen acht 16 hamburg so weil ich habe hier so gebaut das wir hier einfach moment alles melder hier dieses teil da nein ich baue ein bisschen besser das ist auch doof so rum müsste es sein so jetzt die segmel dahin alles melder dahin die segmel kriegt nämlich jetzt den befehl rechte seite output so war das jetzt richtig ja die segmel transferiert ihr zeug gleich hier rüber ach das kriegt jetzt keinen strom verdammte axt machen wir so dann kriegt der strom und wir werden hier oben gerade mal aufmachen es war zu hoch da kommt nämlich jetzt solarzellen dann oben drauf eine capacitor bank machen wir mal da hin und die wird in out genau in out wird die was haben wir denn da noch ach so conductive binder so und dann können wir hier noch schnell wenn wir glas hätten wo hat er jetzt den sand hin warum legt er den da drauf kann man nämlich noch ein zwei solarzellen bauen holz muss ich sowieso noch holen zum glück haben wir da noch ein bisschen was vom anfang viel ist es nicht mehr das heißt wir müssen bald auch wieder eine baumfarm irgendwo hin platzieren die solarzellen möchte ich halt jetzt noch schnell da irgendwo hinpappen die müssen wir später noch brennen diese dinge hier weil die sind unsere straße später na verkackt so jetzt kommen wir hoch ist nur ein behelfsaufgang eigentlich könnte ich das auch über das hier machen fällt mir gerade ein wo kommen wir denn hier raus ja ist doch viel besser so dann können wir da drüben wieder zu machen völlig unnötige arbeiten die wir hier leisten nehmen wir doch den hammer so wir haben gleich unser autonomes energiesystem ähm redstone brauchen wir hier das können wir mal weg machen das dahin die spiegel oben drauf und holz unten drunter und dann haben wir schon vier solarzellen schon wer mich kennt der weiß dieses ganze dach wird später solar betrieben sein oder solarzellen enthalten ähm einfach weil es gut ist so eisen dahin ich warte gerade noch ein bisschen auf das hier drei brauchen wir glaube ich nur ja so dann haben wir acht solarzellen oben das war eine sehr produktive folge würde ich zumindest behaupten ok er lädt gerade das hier auf die capacitor bank nicht aber das ist ja auch nicht so wild wo ist unser Spitzsacke hier so viel generieren die nicht aber auf die Dauer gesehen weil wir sind ja auch nicht die ganze Zeit hier am nur ressourcen farmen und verarbeiten wird es denke ich ganz okay sein ähm und dann warte mal ich mach mal die Capacitor bank hier dazwischen das passt nämlich auch so also unser kleinen Maschinenpark hier arbeitet schon ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat Like oder Abo Moment bitte da lassen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Minecraft beyond wieder bis dahin Ciao wir sehen uns dann bald geiler für einen po mal hier bei